Hallo? Ja. Muss mein Kontroll ein? Ja gut. Nein, oder? Was? Wie bitte? Was? Entschuldigen Sie bitte. Ich habe Sie akustisch nicht verstanden. Sagte er, er war in meinem Arsch. Oh. Oh! Welch ein Zufall. Wie konnte das denn passieren? Hast du dich etwa drauf gesetzt? Ja, aber ich bin ja eng. Hallo? Wollen wir coole Musik hier? Hallo? 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 Rack. Rack. Oh, das ist so eine typische Bud Spencer Terence Hill Musik die hier gerade läuft. Oh mein Gott. Geil. Scheiße. Ich habe immer noch Kohle für meinen Tourismus. Ich habe immer noch Kohle für meinen Tourismus und erwarten Missionen. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Entscheiden Sie sich. Trittst du gerade gegen mein Auto oder was? Was? Fast. Au, ich habe doch X-Ring noch auf den Zug. Nein, der Zug fährt weg, hinter den Zug her. Ja. Ganz okay. Ach, ich steck da rein jetzt. Ich versuche mich einzuholen. Zusammen erobern wir die Welt. Ja, ich bin auf den Zug. Wo bist du? Ach du bist schon alleine. Oh, standst du da oben? Bist du? Bist du? Bist du? Ah, da fährst du. Wie cool. Ego sieht das natürlich wieder. Hammer. Hey, du warst nämlich nicht da jetzt. Genau. Oh Gott. Gott. Ja. Ich darf dich nicht aus der Widigstelle verlieren. Okay, fuck man. Da bist du. Nein, was warst du für... Wo bist du? Nein. Lebst du da? Nein. Natürlich nicht. Das konnte ja gar nicht gut ausgehen. Oh Gott. Au. Was zur Hölle? Ich habe mir meinen Schädel eingeschlagen. Was? Ah, wie dämlich das einfach raus sah. Oh. Okay, shit. Diesmal werde ich es besser schaffen, glaube ich. Dann müssen wir weiter vorfahren. Äh, woher gehen sie? Und jetzt hier aussteigen. Und hoffentlich schnell geflogen. Oh, scheiße. Jetzt bin ich fast auf die Klappe geflogen. Komm, schau, 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 schau. Was machst du denn da? Bist du immer noch in deinem Auto? Wow. Floben gefallen. Alter, fahr doch halt ein bisschen weiter vor und äh... Ich stand die ganze Zeit daneben und versuche dagegen zu springen, wenn das nicht so funktioniert. Einfach ein bisschen Abstand halten und dann so, dass du mit dem Ende des Sprungs da drauf kommst. Ich weiß gar nicht warum, was wir hier jetzt eigentlich auf diesem Zug wollen, aber schön, dass wir da sind. Okay. Boah, ich hab dich gesehen. Da, 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 ja. Jetzt bist du drauf, oder? Nice. Ja, jetzt bin ich drauf. Mein Auto hängt da immer rum. Woo. Okay, let's fight like men. Was? Natürlich ist das cool. Wenn du mich anschaust, so richtig, ja. So wie so ein schwarzer, bloß nie. Hebe ich denn meine Arme, wenn ich... Bei dir? Oder... Sieh das... Oder steh ich dann noch? Bei mir schaust du einfach nach hinten. Okay. Weil, in meiner Animation hebe ich die Arme, also so kampfbereit, so, so... Du mieser... Ich glaub dir geht's wohl zu gut, ja? Warte. Jetzt. Let's fight like men. So, genau. Shit! Was? Was? Du kommst da doch drauf. Natürlich kommst da drauf. Sie darf gleich zu drauf haben. Haha, du stirbst nicht, das find ich geil, das Ding. Ja, ich brenne! Wo bist du denn? Achtung! Oh. Ach, weil mein Feuerwerkskörperwerfer ist leer. Scheiße. Komm schon ein Fahrzeug anfordern. Das dauert jetzt richtig lange, oh weia. Ich bin wieder on track. Verstehst du? Aber ich bin... Ich bin auf dem Zugleich. Und deswegen... Oh man! Oh man! Dafür hast du jetzt wieder einen Tod verdient. Und... Und... Ah! Es war super. Die ganze Zeit diese Fuchsprüche gehört und... Was machst du? Oh! 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 Warum hast du mich... Demira... Ich hab doch aus Versehen nur in deinen Kopf getroffen. Weil du am Boden lagst. Mach mal dein Auto auf. Ich sicher das schon mal und hol dich dann ab. Komm runter Bitch! Geronimo! Oh! Oh fuck! Das passt da ziemlich gut. Eine Hupe. Ich brauche auch eine neue Hupe. Hoppala! Entschuldigen Sie. Ähm... Warum mein Auto ist irgendwie schief? Egal. Wie, Cops? Was stoppt man denn? Ich hab dich abgeknallt gerade. Natürlich hab ich Kopf hinter mir. Ja, ich verga. Ich hab eine Person ermordet. Du bist ja. Wieso? Ich hab seine Person ermordet. Fahr mal lieber zum Flughafen. Was willst du denn jetzt am Flughafen? Ent... entkommen. Entkommen. Äh? Wir haben... Zwei Sterne. Das entkommen wir auf den Racetrack... Racetrack sag ich schon. Ja, okay. Wie du... Woff! Was? Ich glaub dir geht's gut. Den Korn grad echt gut, bro. Ich hab was... Wo! Aua! Aua! Hilfe mal! Hilfe auch! Aua! Was soll das denn? Was mich da mal nicht dabei? Die Worte sind jetzt gegen die Wurzeln. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Hol dich ab! Äh, warum ist denn zu? Bist du... Du hast unerzisst! Komm lieber her! Wo bist du? Bist du irgendwo stehen? Da! Ups! Aaaaah! Jetzt steig ein schnell! Das ist ein Cops! Siehst du die nicht? Ja, ich komme! Ja, ich komme! Ich bewege mich! Oh! Bist du drin? Ja! Nein! Oh, das... Super! Was, drei Sterne... Was hast du gemacht? Kops getrunken? Ja, ich hab's gesehen! Und? Den musst du nicht töten, sonst... Ja, dann lass ich halt verhaften! Spaß! Verhaften? Verhaften heißt schon! Ins Fressbrett! Ins Fressbrett! Auf Fressbrett nur rüber! Was? Du kannst dich nicht verhaften lassen! Du kannst sterben! Pass auf, wir kriegen noch vier Sterne, wenn du so weiter machst, ja? Ich? Ich hab... Ich hab ganze... Was willst du von mir? Du, ich will, dass du aufhörst die Scheiße! Ich hab gerade nur einen Kopf gekillt! Ja, im... Ich... Ich... Ich habe gerade... Ja, aber du! Massenmörder! Stratzfeind Nummer 1! Was willst du eigentlich? Da ist so ein Kerl, der will uns bestimmt umbringen! Was? Da ist ein Kerl, du willst fahren! Nein! Was? Nur viel zu... Ich erkenne nichts mehr! Wo bin ich denn? Was bin ich und wenn ja, wie viele? Da schau dir das doch schon ganz abseits und shit! Warum steht hier... Warum brennt der? Fuck, ähm... Was nehmen wir? Nehmen wir wohl lieber mal den... Den Anal-Alligator, ne? Ja, nicht den Titan! Warum... Natürlich nicht den Titan, weil der vielleicht brennt! Schlau! Warum steht hier hinten kein Wasser? Bist du schon drin? Ja! Genau, wo kein Wasser steht, man! Juuu! Und was mach ich denn jetzt? Äh... Ah, ich kann die Überwachungskamera... ...anschauen, ja... Nice! Dein Co-Pilot bedient die Überwachungskamera! Drücke Steuerkreuz! Uh! Okay! Oh, schau, wir fliegen jetzt der... Ich muss ja ein... ...ein Foto schießen, tut mir leid! Wir haben ja nur drei Sterne und sind in der Luft! Oh Gott, sieht das geil aus! Nice! In der Galerie speichern! Okay! Zeit zu gehen! Okay! Äh... Bleib in der Luft! Ich komme mit Verstärkung zurück! Huaaaaaargh! Uouh! Vielleicht treffe ich den Pool! Vielleicht treffe ich den Pool! Vielleicht treffe ich den... Nein, ich treffe nicht den Pool! Hackmaaann... Merriweather Oh, Peace! Oh, ich hab' keine Lichter mehr... Toll! Ja, okay, ich hab' auch den Shit verloren! Wo bist du? Im Weg! Ich fahr' grad' Richtung Downtown Richtung Downtown... Erst jetzt... ...polichtig verfolgen... Ich muss erst mal auf mein Auto warten, und ich bin ja in Weinbord Hills gelandet. Welche schlimmen Gäste habe ich, was soll das? Mich zum Beispiel. Warum hält sich da vorne irgendwas? Ich zum Beispiel. So! Wir sind schon da. Ich bin ja vielleicht mal leicht angeeckt. Ich finde das ist ja komplett im Zugang gewesen. Wieso fehlgeschlagen? Warum schlägt der immer fehl? Okay, ich bin jetzt bei den Healypads. Und hier steht ein Frogger. Toll. Irgendwo bin ich falsch, weil ich dazu auch. Warum steht hier kein Wasser? Ja gut, dann komme ich dir mit einem Buzzardsmith. Warum ist denn dieser Funke Hafen da hinter dir? Ich versuche den mal aus der Luft so wegzukippen. Will der dir was? Ich heb hier grad ab. Der will dir was. Den hole ich. Wer jemand das hinter nimmt? Ja! Bunke Hafen! Ich dachte, das ist nur auf der 360-Sorge. Die heißen hier tatsächlich aus. Achso, jetzt weiß ich was diese komischen, dummen, drehenden Motoren da auf dem Motoren sind. Oh, das sind Hubschrauber, ja. Schön, dass sie das weiß. Ja, natürlich. Ich wusste es gut, aber ich wusste nicht, dass die Spieler Hubschrauber sind. Früher war das nicht so. Ja, jetzt ist das so. Toll, das hab ich jetzt auch schon verstanden. Wer bist du denn? Was hast du denn? Du bist der Spaß. Ich hab einen Frogger und er hat einen Maverick, glaub ich. Das sind beides harmlose, harmlose, äh. Soll ich ihn abschießen? Wollte ihn grad rotoren. So wie jetzt? Yeah! Okay, ich nehme jetzt ab. Mach mal. Wieso? Was will er dir eigentlich mit nem Maverick? Der will eigentlich nur zu unserem geilen Team gehören. Weiß ich nicht. Oh mein Gott, mein Handy funktioniert nicht mehr. Was hast du denn gemacht? Ich dachte, ich hab dich weggerappt. Er hat einfach aufgehört zu rotoren und dann bin ich vom Himmel gefahren. Ja, du warst ja wahrscheinlich kaputt wie Scheiße. Oh, shit. Ach, das war gar kein Kopf, das war ein Pilot. Jetzt rot rot er mich. Siehst du an, ich hab ne Waffe, ich hab ne Waffe, Mann, ja? Okay. Gut. Wer rotort dich, das kann ich natürlich nicht zulassen. Power quer, schreite zur Naht. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Woll dich mal ab. Ja, krasse Schizzle-Action. Bist du hinter dem Zaun oder bist du schon im Flughafen? Ich bin schon hinter dem Zaun. Ach so. Stopp, 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 runter, 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 runter. Ähm, nicht so, nein. Ja, ich weiß, ich versuche hier gerade zu drehen. Nein, 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 okay. Ja. Geschickt. Wunderschön aufgesetzt. Susanne. Ja, so wie er oder was? Was? Hahaha. So ein dummer Spaß. Oh Mann. Da unten ist er so gut gespawnt. Uh. 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 Ich wüsste jetzt hier landen oder wie. Ich wäre das hier gekonnt. Ja, mal ausprobieren. Guck mal, wie elegant ich gelandet bin. Nice. Ich hab den Kerl im Auge, ne? Ich auch, Mann. Ich könnte sogar hier noch so eins rausholen. Jetzt hab ich ihn richtig im Auge. Was denn? Soll ich schießen? Soll ich abdrücken, Mann? Soll ich abdrücken, Mann? Mach doch, der hat nen scheißen Arm. Jaaaaaaah! Jaaaaaaah! Warum hab ich jetzt nen Stern? Nur weil ich auf deine Füße geschossen hab. Ach du Scheiße. Uah. Okay, lass es gehen. Warte, kann ich mich eigentlich auch so reinstellen? So seitlich und... Ja, kann doch. Achso, nee. Hier nicht. Warte, doch, warte. Ich muss hier noch mal auf die andere Seite rüber. Komm schon. Ja, alles. Allerdings kann ich hier so... Wenn dir jetzt runtergefallen wärs, wär das natürlich Helorius gewesen. Ich weiß, aber... Aber ich bin natürlich gekonnt, wie ich bin. Bin natürlich gekonnt. Da ist wieder dieser Funke Hafen. Töten wir ihn. Er hat's nicht verdient weiterzureden. Dieser Funke Hafengefecht zum Gegend. Der will hier wieder rein, glaub ich. Mach mal nach. Oh ja, die abgesägte Schrotschlitte ist hier natürlich die beste Waffe. Gibt's ja... Gefechts... Wieso kann ich... Wie er mit diesem SUV so... So mit... 0,5 kmh über die Rampe brettert. Oh. Oh. Wo fährst du dagegen? Achso, ich dachte, der steckt da noch fest. Aha. Was machst du? Ja... Vollkontakt... Sport hier ne? Ich will ihn weckram. Ah öğrenc прод ... Ah ningúnier ... Ich wink ... Oh shit. Oh shit. Oh shit. Der sieht eigentlich der Helio aus. Ich glaub ich wechsle gleich. Boah, der ist nicht gut, wir wecheln den jetzt. younger wir ... Scheiße! Du musst deine Fernsehung machen! Du musst ohne mich! Ich hab hier noch ne Rechnung auf! Was ist zu MLG für dich? Was ist zu MLG für dich? Der NPC hat's gut an meinem Schuss und du bist einfach schon weggedrückt! Ist zu MLG für dich? Okay, er verzieht sich! Ich komme! Wow! Wow! Oh Gott! Zu spät den Fallschuh gezogen! Was? Du hast lediglich für Beifahrer freigegeben! Jo! Stimmt, genau! Ja, für welche Kackspasten soll ich denn den freigeben? Für dich, oder was? Ja, zum Beispiel, weil hinter mir ist Tundra Muschi! Was? Tu mir leid, da heißt's doch! Ja, zum Beispiel, weil hinter mir ist Tundra Muschi! Ja, warte mal! Ich hab ein Heli eingestiegen! Was ist das für ein Heli? Oh shit! Ja, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn geöffnet, geh rein! Ähm, ich glaub nicht, dass der noch existiert lange, der brennt schon! Was, mein Infernus? Ja, und ich brenn auch gleich! Wer, von wem lässt du dich da schon wieder beschießen? Mit dem Eis in die Luft jagen! Mit nem Buzzard! Ja, ich merk schon! Nicht mit meinem Inferdus, den fahren wir jetzt sofort zum Los Santos Customs! Oh shit! Oh shit! So, okay, los, 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 los! 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 Zufall, warte! Komm jetzt rein! Nehm dir, du Kacka! Wenn er auf mich schießt, alter! Verlos, verlos, verlos! Das wird so, so schlecht werden! Das kann ich denn jetzt ausprobieren! Mal, was kann ich denn jetzt ausprobieren! Mal, Molotow, Cocktail, Pistole, Pistole, Gefechtspistole, Schwerepistole, klassische AP-Pistole, Mikro-MP! Okay! Nein, ich bin dann vorbei! Ich wollte die AP-Pistole! Ich bin schon wieder dann vorbei! Ähm, Pistole, Gefechtspistole, Schwerepistole, klassische AP-Pistole! Okay! Los der Kinn! Oh, scheiße, man! Was liegt denn darunter? Okay, das ist nämlich gut, dann können wir nämlich die Richtung wechseln! Der ist nicht so der Schnellste in Richtung wechseln! Ähm, ja! Oh Gott, der ist halt jetzt in Richtung... Oh shit, man! Okay, Planänderung! Ich hab's, ich hab's! Ich weiß, was wir tun! Okay! Bist du dir auch sicher? Ja! Okay! Jetzt bleib dran, Baby! Das klingt einfach nicht gut, Mann! Was machst du denn bitte? Ich will ihn auch spielen! Was ist dein Plan? Du willst, dass er irgendwo gegenfliegt, oder was? Ich seh von hier einen Pistole! Scheiße! Okay, aufteilen, aufteilen, aufteilen! Mecht Ich getirze mir, Mann! Oder wer von mir denn was Dominator! Wenn ich jetzt wüsste, wo wir hier am besten rauskommen. Das war sowieso nicht hier mit der Sniper, das ist ja eigentlich die viel schlaue Option. Hast du ihn? Nein. Aber sein Heli ist demoliert. Und jetzt rücken mir die Cops auf die Pelle. Das ist so schwer zu zielen. Scheiß geht dir an, man. Ah, er trifft mich. Okay, zurück in den Infernus. Er ist, glaube ich, jetzt ein bisschen beschäftigt. Ich habe ihn getroffen. Komm rein! Sofort. Das ist richtig so. Endgegner, Endgegner-Kampf. Shit, los, los, los! Oh shit, sorry. Ich muss eben den... Scheiße, jetzt hat er mich. Da hat er so mein Auto gerettet. Das ist etwas. Ich will nur respawnen und nicht scheiß Duell machen, wenn ich das hasse. Ein scheiß Duell. Du, 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 Duell. Ja, wenn es jetzt so ist, man. Und hier ist Funke Hafen. Und er hat einen Lastwagen. Und versucht mit dem Lastwagen reinzufahren. So ein Schwachsinn. Ich habe nicht Funke Hafen, vergiss es. Das ist ja ein anderes Spaß. Da ist er. Trotzdem, ne Mission. Mein Auto ist auch wieder hier. Jo, können wir machen, Mann. ich glaub dir geht's wohl zu gut was macht er denn da ich werde immer angerufen brucey ja wow sorry jetzt komm ja super und irgendwer ist bestimmt dahinten dagegen gefahren das war der typ der hier gerade nie bei mir ist dahinten nicht diese entschlauen menschen warum steigst du denn jetzt schon wieder so okay jetzt können wir fahren oh happy day oh shit der komische drunterkerl hat sich dann wieder einen neuen heli gerufen und gejagt hat hinten dinge in die luft so jetzt höre ich sie da und ruchsen alter wie viel scheiß polizisten wollen ja noch kommen ich habe erst zwei sterne zwei und die machen ja einen noch groß aufgeworfen was war das denn noch so richtig so so wecke Wecke Space durch die Verbindung wo wir richtig halten ok habe ich nicht mehr gesehen Zeit für ein dezentes Abtauchmanöver ich weiß wie das endet beim Gesicht ein bitmatsch Abtauchmanöver ich sehe da nur noch diese Blutspur auf dem Gras oh god sie werden mich nie finden ich bin viel zu sterben ich habe nicht meine Waffe und so stellt sie mir so nicht mehr such dir eine eigentliche Sterbeke irgendwas ausgestiegen oh und ich habe die Kopfhörer Stopp Au Egal ich suche meine Waffe ähm Online Jobs Jobhosten von Rockstar erstellt gibt es einfach noch von Rockstar verifizierte Missionen äh von Rockstar erstellt Missionen und wow ok Arschloch wie er legt das ok ich sehe nur wieder gut wie ich sehe irgendwo wooo alter scheiß das sah das geil aus Ufff. 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 Na Gott, ist die Bühne. Wo geht's schon los? Ich bin wieder am Arsch der Welt. Ich konnte mir auch jetzt keine... Ah, Kohle kaufen! Ach, Muni kaufen. Was hast du gemacht, man? Ich brauch gestartet. All dringend. Muni. Überbewertet. Wir geben uns jetzt erstmal zum Parkplatz und dann sehen wir weiter. Nein. Okay. Oh, ich hab nur noch 18 Munition mit dem, das ist natürlich nicht so gut. Ähm. Ja, nehm ich mal das hier. Gut, bist du bereit? Jupp. Okay. Dann let's go. 100 Cent losgelegt. Oh Gott. Ufff. Der war natürlich auch geschickt, der Kerl stand einfach so dumm neben der Ecke. Wir haben uns dann immer... Der Sturmschrotflinte. Geile Scheiße. So, Alter, sich das auch erledigt. Oh, was zur Hölle? Was machst du denn? Tot sein. Weiß ich so gut. Was machst du denn? Oh, toll. Riemer. Spass. Nein. Du musst jetzt zusehen oder was? Spass. Ach du Scheiße. Ich hab so einen... Ja, wir haben ja auch vorne ganz so... Was? Okay. Das hat schon gut funktioniert. Ja. Ja. Nice. Noch weniger Munition. Jo, Jungs. Viel Spaß damit. Kommt ja jetzt schon ein Auto. Ich hab mein eigenes Auto gekriegt. Nein, oder? Achso, das Geld ist ja jetzt echt bitter nötig. Wie? Wie? Ja. Wenn du es kaputt machst dann? Nein, das meine ich nicht. Was willst du regeln? Ja, regeln. Erst bin ich fast da hinten regeln. Lass nochmal. Steh nicht wieder auf. Zähl dich. Alter, wie oft will er nochmal wieder aufstehen? Danke sehr. Lass nochmal. 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 Lass mal. Lass nochmal. Möcht mal. Lass noch. G trips. Ja. Da. Ja. Bestandprogramm. Ja. Yes, siebzehn tausend credits. weil ich einfach so professionell hier alle allein erledigt habe weißt du was ich schon immer mal wissen wollte was eine fucking annäherungsmine ist ja eine mine zum annähern die piepst wenn du sie hinlegst und wenn du dich annäherst explodiert sie nicht du ich ja okay das ist einfach den kerl umgerämpelt er ist schon richtig im gesicht gelandet da das zu das das war das denn jetzt warum bist du denn auf sich losgegangen weil ich ihn auch noch umgerämpelt habe na toll dann wunderst du dich noch laden ausräumen was willst du denn jetzt da wir stehen oh ja der hat ein getränkeautomat echt gehen wir da weg ich will auch hin ö ö jo wo steht mein auto eigentlich bitte sehr dann motor boah sind wir viele jetzt ach du kacke soll irgendwo hier oben irgendwo hier stehen irgendwo hier drinnen was was hast du jetzt mein auto steht hier irgendwo drinnen in dem gebäude dein auto komm doch immer her jetzt du hast kein auto ich hab's ja wohl ein auto und das steht da irgendwo oben komm jetzt raus ist das ein parkhaus damit ich eine pfeife rauchen kann ja ja au bist du xbox aufzeichnen xbox aufzeichnen ok warte was was machst du denn ok das sah so doof aus wie diese diese Tür von oben auf deinen Kopf geschlagen ist und du weg was was alter 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 warum hängt denn das grad so scheiße hier das sind zu viele spieler es gibt nur hausten ja es hängt total ich kann nicht fahren ich jetzt bin ich in meinem auto gespawnt wie ich es gerade gesehen habe ja aber ich hab vorhin auch mit 22 spielern gespielt das ging auch ja der interessiert sich für leute die sich mit dem auto interessieren ich weiß es ganz genau der ist bestimmt wieder halb ja genau irgendein scheißkiddy mit irgendwelchen mit dem ultra hässlichen charakter natürlich war es nicht um den stream kanga weil warum nicht und ähm wartet nur darauf dass irgendwer das auto holt und dann steht er da hihihi hihihi kann man nicht nur so hobbylos sein und echt darauf warten und das schlimme ist es ist ja so ich war heute heute 20 minuten habe ich nach neuen klamotten gesucht im klamottenladen da ist echt einer gekommen und hat annäherungsminen vor die Tür gesetzt du hast echt 20 minuten und hat dann da gewartet da steht er da steht er und der hat tatsächlich genau das an was du gesagt hast ach du scheiße ja das ist so ein prostituierter das ist so typisch und dieses auto ist sowas von vermint das kann ich dir jetzt schon sagen das stimmt doch so scheiße auffällig ja der verpisst sich auch der hatte irgendwas vor den räuchern wir aus den räuchern wir aus oh marit time to räucher some prostitute wir könnten uns natürlich auch einfach Ding anrufen und uns vom Radar verschwinden lassen dann weiß er er ist schon tot das mal eben erledigt dann wird es ja gleich spawnen und uns mächtig umbringen wollen dann hol dir das Auto und äh wo ist das Auto überhaupt man muss das doch hier eigentlich abliefern oder nicht das ist ja gar nicht das Auto oh das ist einfach nur ein Bug das ist tatsächlich oh jetzt haben wir uns umsonst Ärger eingehandelt scheiße der Arschte weg aber er ist ja in der Passivmodus gegangen warum damit wir ihn nicht nochmal umbringen schätze ich ja was ist denn mit dieser scheiß Logi los 21 Leute ich will hier aber auch jetzt nicht mehr raus gehen weil hier so schön viele Leute sind wo sind die denn alle 21 wo weißt du das wo geht doch da oben drauf klar steht das da Niveau müssen mal 30 Spieler sein das sind die hier sind die denn alle das sind doch niemals 30 Spieler so ich weiß wo wir hinfahren so Kigod Style der hat das Spiel verlassen verdammt oh Gott Thanks dickhead um die Ecke kann man denn was schreiben achso der hat mir eine sms geschrieben was hat er gesprochen Thanks dickhead ah ich schreib ihn mal zurück äh ok Batman Pleasure play 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 Asume ja 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 er wenn ganz ehrlich wenn er da so auffällig steht ja dann dann und vor allem in der Welt von GTA da da oh kacke er kommt auf uns zu er kommt auf uns zu die geht es uns jetzt boah ist bloß kein oh shit egal ich bin ja nicht du ne das ist nicht so ja das ist ja stimmt knallt mir ab schmeiß Bomben oder so oh scheiße der holt uns rein und der hat auch nen entferntes aber er ist einfach 500 mal schneller weil er nen besseren Motor hat wahrscheinlich ich kann aber bei deinem mach was mach was mach was mach was ich kann nicht nach hinten nach ausschließen bei deinem scheiß Auto das war ein gutes manöver theoretisch theoretisch ich hätte da schon bremsen müssen und wer da uns vorbeigefangen hätten wir abschießen können oh naja jetzt jetzt schneidet er uns natürlich ja oh gott gut 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 scheiße der hätte uns erst richtig weggefegt wow jetzt hat das Jetzt hat er aber sowas von den Tod von mir... Ich wollte es ja nicht, ich konnte ja nicht wissen, dass er da auch spaßig einen runterholt. Ist der noch hinter uns? Nee, er hat die Kurve nicht gekackt. Er hat auch jetzt wieder... Doch, er ist hinter uns. Toller Navigator, du bist scheiße im Fahren, du willst scheiße im Navigator sein. Aber wo komm ich denn jetzt hier weg? Die Karte wird auch nicht mehr kleiner. Ich glaube, das ist sowas von Sprengen. Niemals! Ja, guck, da habe ich ihn wieder ausmanövriert. Aber ich wollte doch nur in Ruhe in den Puff, ey, ab. Hättest du mal ein scheiß Auto, wo ich nicht mehr rausschießen könnte, wäre das alles kein Problem. Boah, ah ja, ah, das fällt mir jetzt jetzt auf. Kann man tatsächlich nicht hin. Warum schießt er denn nicht aus der scheiß Beifahrerseite? Ist halt so einfach. Ja, aber... Wenn ich mein Turismo habe, dann wird das weit anders. Wir sind am Puff, aber ich möchte ja auch gar nicht aussteigen eigentlich. Ja, ich stehe ein Auto, hört mir kurz aus. Was, sollen wir uns da drin verstecken? Ähm... Kann ich auch sagen. Ich sehe nur die Hälfte bei dir. Ja, komm, versteck mein Auto vor. Ja. Oh, scheiße, er kommt. Nee, steig... Steig wieder ein, steig wieder ein. Okay, wir betteln ihn, wir betteln ihn jetzt. Wir haben keine Wahl. Wir haben ausgestiegen. Er wird weg. Er wird weg. Er wird weg. Welches Level ist er, sagst du? In was über 100? Nein, nein, nein. Ich weiß natürlich, was er tut, aber ich weiß es noch besser, was ich tue. Doch, was ist es tun? Ich hecke mich nämlich hier in diesem Hobo-Viertel. Ja, da dreht er. Okay, dann soll er uns mal durch das Hobo-Viertel jagen. Äh... Der ist wieder zusammen, bitte. Wo ist er? Hinter uns, irgendwo. Oh, scheiße, er ist direkt hinter uns. Oh, shit! Ich hoffe, ich weiß, was du tue. Da hat's mir fast das Heck zerrissen. Womit hat er geschossen? Ich weiß es nicht. Ich hab nichts gesehen. Ich hab nur Explosionen gehört. Ja, ich auch. Und mein Heck, das total demoliert ist. Ich hab noch mal Glück gehabt, alter. Er ist nur hingeblüter auf jeden Fall. Ah, jetzt sind wir das... Sind das ganze Scheiß-Spiel jetzt verflucht? So eine Scheiße, nur wegen diesem verpackten Scheiß-Simeon. Ich hasse Simeon. Diese klumpweiche Nugel, alter. Boah, das Ding ist geil zum Pflegen. Ich liebe es vor allem, dass die Instrumente jetzt funktionieren. Das ist echt verdammt cool. Neben dem Bekleidungsgeschäft. Erster da unten rechts. Zwischen dem Waschstraße und dem Bekleidungsgeschäft. Direkt mal rein. Da direkt mal rein. Hörst du auch? Jaja. Wir könnten ein Ambush starten. Weiß doch ganz genau, wie der Ambush aussehen wird. Uh, ich kann nach hinten das Cockpit sehen. Wir können auch einen Kamikaze angreifen. Mal gucken, ob wir ihn erwischen. Was? Fährt der da gerade? Der fährt dann? Ich will ihn nur mobben, indem ich über ihn rüberfliege. Super! Was? Duper? Was? Ich war nur super und da fällt so ein Mann aus meinem Flugzeug. Ich versuche zu landen. Du wirst nicht wissen, was bei mir passiert ist. Bei mir sind wir einfach vom Himmel gefallen, dann gelandet, dann bin ich ausgestiegen und dann bin ich direkt in den Job reingelatscht. Nicht jetzt. Ja. Ich lande mal. Nee. Boah. Ich kann... Nee, hier will ich nicht landen. Oh, hinterher. Ja, ich will dich gerne holen, aber ich habe Probleme hier zu landen. Ja, ich will hier in diesem Kanal landen, aber ich bin irgendwie gerade etwas ähnlich, was das angeht. Besorg dir mal ein Auto. Ich habe schon ein Auto. Okay, dann fahr zum Kanal, dort wo ich bin. Boah, die Turbulenzen sind ja auch gerade nicht... Autsch, was denn? Langsamer werden. Wie langsamer werden. Oh, schneller werden, schneller werden, schneller werden. Oh Gott, raus hier! Boah! Ich erinnere doch die Explosion. Ich bin sogar noch rausgekommen. Ich bin so langsam gegen etwas geflogen, dass ich noch heile war. Dann bin ich rausgesprungen. Ich hätte es noch überlebt, aber dann ist das Ding in die Luft gerogen. Fuck. Du bist... Halt an! Halt an jetzt! Halt an und fahr rückwärts! Halt an und fahr rückwärts! Ah, du bist so scheiße, ne? Weißt du das? Wenn du jetzt nicht anhältst, ich werd dich so... Ich werd dich... Ich... Ich bring dich um. Und dein scheiß Auto mach ich kaputt. Das nicht dir gehört wahrscheinlich. So, was hättest du davon, hä? Was? So was du tust, Mann, hä? Ja? Scheiße, 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 Scheiße... Oh, fuck! Nein! Ja, das ist dieser... Und er ist unsichtbar. Fuck! Was hat er vor? Okay. Jetzt läuft er weg und macht sich bereit. Weg hier! Hab ihn den Blick. Ja, komm jetzt! Wir holen uns jetzt diesen unwissenden Typ, der uns jetzt schützen soll. Der hier! Geht doch, Alter, rum, oder? Wieso hat der uns jetzt nen Scheiß-Heli geliefert? Weiß es nicht, der will uns irgendwie... keine Ahnung. Vielleicht will er auch Frieden. Ach, Quatsch! Aua! Vor allem Eierkuchen. Der schmeckt sicherlich gut, weiß es nicht. Ich hab grad den Scheiße verlassen. Oh, er schreibt ne... Er schreibt mir ne SMS. Lol, scared! Soll ich ihm schreiben? Oh, was machst du denn da? Lass mich! Ich mach gar nichts, mach ich! Wo ist denn der Kerl? Wo ist denn der Kerl im Wasser? Hat der ein Submarine oder so? Ich springe rein. Ich springe rein. Boah, ein Ego! Geil! Der sitzt in nem Auto rum. Ne, da steht ein Auto... Da schwimmt er! Da schwimmt einer! Warum steht denn hier ein Auto? Oh, das ist so typisch GTA! Da, da, da rennt er jetzt raus! Wo rennt er hin? Hinterher! Bleib stehen, du fettes Mistschwein! Wie er da hochkraxelt! Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Ich geh zu deinem blöden Urlaubssimm. Was ist das überhaupt? Keine Ahnung! Was ist das überhaupt? Ich will da denn hin! Späh! Irgendwas mit Späh! Wie kommt ihr da hoch, verdammt! Ich hab über den Zaun Spaß! Also ich bin direkt hinter ihm, aber ich versteh nicht ganz, wo er hinrennt! Mal sehen, welches Land weißt er denn? Späh! Wie kommt ihr da hoch, verdammt! Renten und der Wissen die Rechnung lauf grad so ein bisschen mit ihm aber jetzt kommt er nicht alle prügelt mich grad zu Tode der Spaß doch ich hab 0,0 11 gut dass ich ihm noch nicht schon verpasst hab grad so auf Fak vor Scheiße und da kommt der nächste Auffe Visionsgewehr raus ah wieso ach ich wollte schon sagen weil da steht in der Ferne so eine Person und ich denk mir scheiße der beobachtet uns das ist richtig der creepy komm wir holen uns diesen Gen-Typ noch mal ich will ihn noch mal töten ich will ihn noch mal leiden sehen der chillt da oben im echtes zu töten ich weiß nicht vielleicht ist gerade Friede vor der Eierkunft nein der hat was vor hat der aber jetzt ist er irgendwo anders ist vom Radar verschwunden oh Gott der hat er irgendwo was vor oder hat er sich ach oder Scheiße hat er sich kann man sich das kaufen heißt das vom Radar verschwunden von Lester ja schnell den Mechaniker ganz schnell den Mechaniker wo war das ist jetzt richtig creepy er chillt hinten oben auf dem Hügel du siehst ihn? hast du ihn? jo ah der kann mir deinen K nicht bringen wo auf dem Hügel auf welchem er ist tot ich hab ihn getötet er ist tot? ne schön ey ähm ja ich muss auf ne Straße jetzt aber schnell oh fuck wir verziehen uns aufs Land oder sowas ja ja da steht mein Auto noch von meinem Auto ab ich hoffe er ist nicht in der Nähe gespawnt ist ja gar nicht mehr so gut hoffe ich auch nicht aber ist der Scheiße da oben irgendwo gespawnt oh Gott was hat er getan? der hat mich sowas von Scheiße weggesniped der Spaß würde mich gerne mal bitte in mein Auto einsteigen ich kann dir sagen kann wo genau dort wo er immer noch steht wo er immer noch steht nö wenn er wohl nicht mal ab was ist denn? was ist denn? what the fuck da steh ganz oft nur die Hälfte von dir weil du totale Verbindungsprobleme hast ich sag dir gewettert oh shit so fahr fahr einfach weg hier still boah ist das gruselig mann vor allem dass das Wetter auch so umgeschlagen ist ja drive too fast hat das game vermissen puiing okay und jetzt hast du es hier reingeraten? start looking the lifestyle you wish you had ähm aber zu den Geräten da vorne oh warum steigt er nicht an? andere ist da oh shit oh fucks los 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 weg hier er ist da echt ich glaube schon guck dich doch rum hier ist niemand und hier explodiert was so aber wenn man hier erst noch irgendwann in dieses Flugzeug einsteigen würde anscheinbar hier ist ein neues gespawnt dann nehmen wir das das jetzt hier gespawnt ist ne